A-Finale, 1729, wen haben sie hier am Start? Es ist Jordi Schneider, Louis Böhmel, Moritz Breitfeldt, Louis Eisenhut, Yannick Pontes, Basti Flies, Luca Wett und Florian Bisch. Ich kenne Jordi natürlich den Sieg, aber schauen wir noch, was passiert mit Moritz Breitfeldt. Moritz Breitfeldt ist auch jedes Mal über die Projekte gegangen, aber die verleihen, er nimmt die Challenge frei. Ich denke, er versucht einfach, ob er da schneller durchkommt und mit einem sauberen Doppelmanue geht er nach oben. Oder war es für die Sicherheit, dass er vor Louis Eisenhut bleibt. Louis Eisenhut, aktuell auf Platz Nummer 3, mit seinem Purple-Case-Jerky. Aktuell Platz Nummer 1, Team Nummer 2. Es ist Jordi Schneider, Jordi Schneider auf 1 und Moritz auf Platz Nummer 2. Karin, 30,39. A-Finale, es ist Sebastian Tietz und Dana.